Heute werfen wir einen Blick auf meine zwei günstigsten Outdoor Uhren und wenn du wissen willst was diese zwei Kasi Uhren können, bitte bleib dran! Hallo, Willkommen aus der Rainer Ross vom Survival Show bei Berlin's Kunst. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht ist es dir ja schon aufgefallen, wenn du mir länger folgst und mir immer wieder meine Videos anschaust, dass ich unterschiedliche Uhren habe und Uhren finde ich ganz einfach interessant. Und ich habe jetzt hier meine zwei günstigsten Outdoor Uhren für dich mitgebracht und sie haben ungefähr denselben Stil, aber da mag ich dann nachher näher darauf eingehen. Sehr sehr günstige Links unten zur Amazon findest du, das ist wirklich Bibelfax Preis. Aber ich werde immer wieder gefragt, Rainer, was ist mit diesen Uhren, warum taugt dir das? Kann ich nicht sagen. Wozu brauchst du eine Uhre? Auch wenn ich draußen im Outdoor Bereich, zum Beispiel bei den Survival Trainings, ich als Trainer bin, dann muss es klar, dann muss ich einen Zeitplan einhalten, da brauche ich eine Uhr. Wenn ich draußen allein unterwegs bin, dann habe ich die Uhr ganz einfach auch gerne mit, weil die mir eine Art von Sicherheit gibt und ich kann sie zum Orientieren verwenden. Ich kann sie sozusagen, du gehst vielleicht diesen Schmäh mit dem Stundenzeiger ausrichten auf die Sonne und der Halb bei Winkel zwischen der Ziffer 12 und dem kleinen Zeiger ist ungefähr Süden. Wenn du sagst, Rainer, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, ist deine eigene Orientierungstechnik. Ich weiß, es gibt natürlich auch bei mir einen eigenen Survival Orientierung Online Video Kurs. Kriegst auch unten den Link. Da zeige ich das genau her. Aber das ist nicht der Punkt. Ich habe halt gern immer eine Uhr dabei. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mag das gar nicht. Weil ich will draußen herumstreuen und herumstreuen und nicht auf die Uhr schauen und das ist auch okay. Das kann man aber trotzdem tun, indem man die Uhr ganz einfach rund dreht und dann nicht immer hinschaut oder sie einpackt und irgendwo im Rucksack hat. Aber für mich ist eine Uhr einerseits ein EDC und auf der anderen Seite ein Survival Tool, das mir ganz einfach hilft beim Orientieren, beim Navigieren auch Wegstrecken abzuschätzen. Ich sage, okay, ich bin um 12 Uhr weggegangen und war jetzt unterwegs und bin jetzt 4 Stunden unterwegs gewesen. Na gut, wenn ich jetzt wieder umdrehe und ungefähr denselben Weg zurückgehe, dann habe ich eine Idee. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich komplett auf mich allein gestellt und nur auf mein Gefühl. Und ich weiß, ich bin auch manchmal der Vertreter zum Beispiel bei den Trinkblasen. Kannst du dir erinnern, wenn du das Video gesehen hast? Ich glaube, da hat er einen Link, wo ich gesagt habe, ich mag Trinkblasen zum Beispiel nicht, weil sie mir, weil da saugst du immer und hast kein Feedback und da verweichlicht man so in die Richtung. Ja, das ist jetzt ein anderes Argument. Na, ist ganz einfach so. Ich sehe das so. Eine Uhr gehört als EDC und als vorbereitende Ausrüstung ganz einfach mit. Aber jetzt habe ich genug geblabbert. Jetzt zeige ich die Uhren im Detail her. Ja, da sind sie nun die zwei Uhren und das hier, ich fange einmal mit der an, das ist die einfachere Uhr. Die hatte standardmäßig auch so ein Kunststoffarmband, aber ich mag lieber diese Textilarmbänder. Ich habe hier ein Natoband draufgegeben. Ist auch alles überhaupt kein Problem, aber es ist ein batteriebetriebene Uhr. Und das Glas ist jetzt nicht Saphir, sondern es ist irgend so ein Kunststoff. Das heißt, das zerkratzt natürlich auch mit der Zeit, aber der Preis, wenn man schaust die auf Amazon an, ist einfach sehr heiß, sie ist sehr, sehr flach und ich habe die jetzt seit, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, lange Zeit und die läuft und läuft und läuft. Batteriewechsel habe ich auch noch nicht gemacht, also es ist einfach wirklich ein sehr nettes Teil. Die mag ich wirklich, wirklich, wirklich sehr und wenn die kaputt geht oder verloren geht, bin ich auch nicht traurig. Die gibt es auch in einem anderen Stil, also mir gefällt das mit dem Schwarz und dem Orange, aber das ist eine andere Geschichte. Sehr günstig, sehr günstig. Und die habe ich mir auch zugelegt, eigentlich erst vor kurzem, ungefähr vor, naja, ich schätze jetzt vor einem Dreivierteljahr, jetzt haben wir Juni, ja, ich habe die letztes Jahr gekauft, kurz vor Weihnachten, im Dezember, weil die diesen Drehring hier hat, ja, ich glaube das heißt drehbare Lünette oder sowas und diese drehbare Lünette, also eine nette Lünette, die ist wirklich, die kann man einfach so durchdrehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine erste Automatik-Taucheruhr, die ich hatte, diese Tauchmeister, hör mal, die rastet wirklich jedes Mal genau ein, es ist schön, die dreht sich einfach nur jetzt irgendwie durch. Jetzt kannst du sagen, ja, es ist schön, aber wozu brauchst du denn das überhaupt? Ich meine, du bist ja kein Taucher, nein, ich bin kein Taucher, aber ich stehe auf dieses Teil hier, das ist ganz einen speziellen Grund, und zwar Survival Training Basic Kurs, und ich sage, okay, liebe Leute, ihr habt jetzt einen Auftrag, und zwar ihr habt Zeit ungefähr, oder 15 Minuten habt ihr Zeit, um das oder das zu machen, dann stelle ich mir auf den Minutenzeiger genau eben dieses hier her, und dann weiß, weil sonst ich bin ein Fetzenschädel, ich vergiss das ja alles, dann tratsche ich wieder oder sonst irgendwas, egal wie auch immer, dann weiß ich nicht, wann die 15 Minuten um sind, und so sehe ich dann am Zeiger, wenn dann der Minutenzeiger da bei 15 angekommen ist, weiß ich, die Zeit ist um, und deswegen habe ich mir diese Uhr jetzt hier besorgt, und die funktioniert auch sehr nett, wenn du anschaust, die hat auch einen, sagt, den Tag, also das Datum an, und sogar einen Wochentag, also ja, das hat die hier nicht, aber ja, soll auf jeden Fall so sein. Beides batteriebetriebene Uhren, bei der hier ist jetzt noch original das Kunststoffband drauf, das ist wirklich so gemacht, also das geht sogar auf meine fette Hand drauf, also das ist überhaupt kein Thema, ich mag die beiden Uhren sehr, und eine Sache noch, eine Sache noch, wenn ich jetzt zum Beispiel, das hier ist eine Automatikuhr, also gar nicht vergleichbar, aber wenn ich mir die anschaue, die ist fett, die ist schwer, also wenn du dir am Kopf kriegst, dieser Tauchmeister, Halleluja, das sind Plastikbomber, die zwei, das sind richtige Plastikbomber, die spürst du nicht, die tragen nicht auf, das ist wirklich kein Gewicht, ich könnte sogar hergehen und sagen, wenn ich die Uhr nicht am Arm tragen mag, was ja manche sagen, dann kann ich mir die ganz einfach in den Rucksack reinwerfen, sozusagen, damit ich einen Zeitmesser mithabe, wenn ich es denn brauche, und trägt wirklich überhaupt nicht auf, und wenn du dir unten den Preis auf Amazon anschaust, wirst du echt sagen, was ist so günstig, ja wirklich, es ist absolut in Ordnung, und ich finde, dass es für den Preis einfach wirklich top ist. Ich bin ja kein Urnexperte, ich habe das nie behauptet, ja, und ich weiß, dass einige meiner Follower, die auch immer wieder kommentieren, Uhrmacher sind und so weiter, vielleicht schreibt ihr uns zu dem Werk, ob das cool ist oder nicht, das weiß ich alles nicht, ich weiß nur, dass sie funktionieren, dass sie ein Toppreis-Leistungsverhältnis haben, dass man als Händler vielleicht mit denen nicht so viel Freude hat, wenn man dann so viel verdienen kann, oder als Uhrmacher im Geschäft, das kann ich mir schon vorstellen, aber für mich funktionieren sie top, und ja, das wollte ich jetzt mit dir teilen. Ja, das war das kurze Video zu meinen zwei günstigsten Outdoor-Uhren, warum Outdoor? Weil ich die auch wirklich Outdoor dabei habe, ob das jetzt wirkliche Outdoor-Uhren sind, kann ich nicht sagen, also ich will nicht mit dem Panzer drüberfahren, die halten das sicherlich nicht aus, aber sie sind wasserdicht und machen alles mit, die hier leuchtet sogar in der Nacht, wenn ich da mit der Taschenlampe einmal drauf leuchte, dann leuchtet die fast die ganze Nacht durch, das finde ich praktisch, das ist bei dieser hier nicht der Fall, also mir taugen die ganz einfach und ich habe halt ein bisschen einen Uhrentick und einen Messertick und einen Rucksack-Tick und einen Schlafsack-Tick und ich bin sowieso nicht ganz normal, wie ich gerade merke, aber wie auch immer, ich mag die um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, ganz wie du magst, Link zu den Produkten für das da unten, und natürlich schreib einen Kommentar, welche Uhr hast du im Einsatz, was ist deine günstigste Uhr, was ist deine teuerste Uhr, schreib ein bisschen was und vielleicht auch die Typen dazu, das ist für mich interessant, weil ich dann wieder neue Inputs kriege und für all jene, die gerne Kommentare lesen, auch eine Anregung, was es denn so am Markt gibt, danke dafür. Abo, Glocke drücken, nicht vergessen, damit du immer die neuesten Videos kriegst, aber andere Videos zum Anschauen, Link zu den Produkten findest du natürlich unten, dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao. Bis zum nächsten Mal.